Weiter gehts nämlich schnell Level 40 und können dann in die Kampfzone. Jetzt nur für 1 und Lucian, dann gehen wir hoch, bis er mehr hat. Und ich sage es gerne nochmals, ihr dürft mitmachen, wir treffen uns immer um 8 Uhr. Dürft ihr mitmachen, mitlaufen, mitreden, mit chatten, mit telefonieren, was ihr wollt. Und ja, wir kämpfen natürlich, aber dann bitte, wenn ihr zu hochlevelig seid, nicht mir die Gegner wegkloppen. Weil es geht ja um mich und das wird bis heute schon ein bisschen anständig sein. Und ihr dürft gerne mir ein paar Items schicken. Ich kann sie wieder zurückgeben, ich kann neue euch geben. Ich sammle viele Items als Baba. Heute habe ich z.B. 5 Stunden alleine Items gesammelt. Und das merkt man, es geht relativ schnell. Ich finde es fast nur noch gelbe Items. Keine Ahnung, ist ja. Aber es ist umso besser. Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Regnum Staffel 2. Ja, ich habe ein bisschen gefarmt mit meinen Barbaren. Habe mir diese Items hier zurecht gefarmt. Und z.B. hier Aussprechgeschwindigkeit plus 2%. Hört sich jetzt wenig an, aber es bringt schon recht gut. Angesgeschwindigkeit. Und ja, ein bisschen Intelligenz ist hier auch noch drauf. Auf diesem Star. Genau. Okay, dann können wir auch mal weitermachen. Wir müssen wieder runter ins zweite Dorf. Und dort mit einem sprechen. Und ihm diese Träne geben. Wisst sie. Oder das Herz, genau. Die Träne war das vorherige. Also gehen wir mal hier runter. Zurück ins zweite Dorf. Das Mikro war ein bisschen weit vor dem Mund. Sollte seitlich sein, damit man die Schnaufgeräusche nicht hört. Die Atemgeräusche. Ja, mit dem Barbaren läuft das sehr gut mit dem Farmen. Ist sogar fast doppelt so stark wie der Magier. Aber das macht nichts. Ich werde jetzt in dieser Staffel den Magier machen. Und nicht den Barbaren. Dann habe ich ja in der vorigen Staffel schon gemacht. Der erste Staffel. Ja. Aber wenn ihr mal Wüsche habt, kann ich es machen. Ich brauche aber mehr Characterslots. Wenn ihr mal einen Jäger sehen wollt, oder einen Ritter. Ja. Leider bin ich schon wieder alleine. Weil die mussten früher off gehen. Die hatten noch Schule oder Ausbildung. Und deshalb bin ich jetzt wieder alleine. Macht nichts. Ich kann ja gut alleine zurecht. Und ja. Schauen wir mal, was der Questgeber hier so will. Und die Quest alles für, die Quest beändere. Und wo bist du? Dort drüben. Irgendwo. Hier drin. So. Ähm. Gar nicht viel. So. Hier haben wir keine Quests. Jetzt müssen wir junge Lycian besiegen. Da kann ich ihn gut zu Ort, wo man die besiegen kann. Müssen wir leider wieder zurück. Aber wir können ja mal die Quests in der Stadt annehmen. Richtig hinsetzen, sonst habe ich dann Rückenschmerzen. So. Achso. Jetzt sind wir richtig stark. Aber macht nichts. Ah, nicht der. Ja. Wir schauen. Weg da. Ja. Kleiner Mager. Der Dreik. Ah, der Schwer. Den wollte ich nicht. Gut. Kann es hier oben irgendwo los sind? Ne. Müssen schauen, dass wir nicht angreifen. Dass er nicht wieder angreifen. So. Feierbar. Gut. Gut. Ja. Der macht nur 60 Schaden. Und der Bar macht über 400 Schaden. Also das ist jetzt ein riesen Unterschied. Macht nichts. Mager sind auch gut später. Bis zu Level 20 so. Und dann hat man unmöglich Mana. Da kann man spammen. Und so. Ja. Ja. Alle the beholden müssen wir gut. Also da kann man ein bisschen die, die 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 ... Ja. Alle die ... Ich bin. Alle die ... Cache ... Ja. Eine ... Noch vier? Jetzt haben wir was nicht für neue Items zu wählen. So, sehr gut. Er macht schon mehr Schaden, das war immer noch nicht so gut. Aber immerhin. Aber wir halten schon mehr Angst, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. So haben wir das. Sehr gut. Jetzt können wir ihn nicht da. Laufen wir, bis wir das Reit hier benutzen können. So. Nun zuck mir. So. Jetzt können wir hier irgendwo noch hoch. Zuerst zu dem da. Oh nein, das war diese Quest. Stimmt. Hier irgendwo hoch. Ah ja. So. Jetzt gibt es die Bücherregal-Quest. Das Bücherregal ist hier hinten. Sollte die hier hinten sein. Gibt es noch eine Quest? Ja, noch ein Bücherregal oder was? Scheint so. Dann ist es nicht das hier. So. 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 Ähm. Wir könnten hier noch den. Ja toll, ja sogar, irgendwo konnte man einstellen, dass man die KSZ auf der Karte sieht, Das ist die Quest, die man nicht angenommen hat, dass man die sieht. So, jetzt. Jetzt müssen wir hier durch, irgendwo. Und dann hier auch gehen. Okay. So, nächste Quest abgehen. Jetzt schauen wir mal. In die Mitte. Ah, jetzt müssen wir wieder zurück hier, zur Ehe. Okay. 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 Okay.